Dann zeig mal, wo's lang geht, Kleiner. Wir halten dir den Rücken frei. Hey, Claude. Wie alt warst du, als du von zu Hause weg bist? 14. Nein, warte. Das war im Frühling. Also 13. Für Landeier kein ungewöhnliches Alter für'n Auszug, was? Und was hat deine Mutter gesagt? Dagegen war sie jedenfalls nicht. Die anderen sind ja auch alle in dem Alter weg. Ah. Was denn? Sie wollte mir damals 2000 Gill mitgeben, damit ich was hab, wovon ich leben kann. Mit der sind doch alle irgendwie gleich, oder? Hab's aber nicht angenommen. Schließlich bin ich direkt zu Soldat. Da brauchte ich das nicht. Jetzt kapier ich endlich, warum du für jeden Job 2000 Gill haben willst.